Musik Hallo und herzlich willkommen zur Let's Play Live Show und Tour Folge 3. Ja, wir sind unterwegs hier gerade zum Haribo-Werk, die ist auch mit am Start, die werden wir uns zwischendurch mal so ein bisschen reinpfeifen. Mit dabei der Hardstiler und mit dabei die Shelley, unsere Fahrerin, die konzentriert sich gerade auf die Fahrt. Ich zoome mal in den Spiegel rein, dann sieht man es. Ich hoffe es klappt. So, wir fahren jetzt noch ein bisschen und wir sehen uns dann später wieder im Haribo-Werk. Bis später. Ciao. 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 Ich vergiss Schokolade. Gleichwärmung. Gleichwärmung. Oh. Das muss ich nur so machen. Das ist die gute, warte, ähm, die Ilka. Die gute Ilka. Die ist sehr sahnig. Bis gleich. Mann, so ein Mist, Stau. Mann, so ein Mist. Wir haben Stau. Da müssen wir noch ein S hinterlegen. Da vorne ist Blingeling. Hier kommt er. Wir haben Stau auf der Autobahn und da vorne ist der Sack. Man sieht's. Sack steht da drauf. Der hält den ganzen Verkehr auf, der Sack. Hey, geiler Sonnenuntergang. Wieso haben wir Schau, wenn der Stau, wenn die da drüben eine Unterhabe haben? Das weiß ich gar nicht. Oh, guck mal, da hinten ist Blaulicht. Da sind die netten Leute, die Partylichter auf dem Dach haben. Man sieht's, glaube ich, gar nicht. Ja, keine Ahnung, wir wissen nicht, ob wir's schaffen, aber wir schauen mal, ob wir hier irgendwie rauskommen aus dem Stau. Irgendwie. Da müssen wir mal gucken. Man munkelt. Man munkelt. Auch wenn du ein Bayer bist, wenn du nicht blickst, lass ich dich nicht vorbei. Das ist aber auch nett. Da drüben ist irgendwas passiert und hier ist Stau. Also da ist passiert und da ist es so ein bisschen, naja. Oh, Auffahrunfall. Kauchen? Ja, weil die alle gucken. Und jetzt geht's schon weiter. Ah, komm. Auffahrunfall. Ich weiß gar nicht, kann man mich, hallo, kann man mich, ja warte mal, so ist glaube ich. Hallo, kann man mich sehen? Ja, wir sind gerade immer noch auf dem Weg. Nein, Quatsch, wir sind schon auf dem Rückweg, weil wir haben es zeitlich nicht hinbekommen. Wir werden das morgen nachholen. Aber wir sind, ihr seht, wir sind am Flughafen in, wo sind wir denn hier? In Köln. Genau, Köln-Bonn Flughafen. Wir fliegen jetzt zum Haribo-Werk. Ich weiß gar nicht, ob man sehen kann. Da, Köln-Airport. Ich sehe das erste Mal dann wegen Flughafen. Juhu. Da, da ist unser Flugzeug. Ja, jetzt hier mal Flughafen hier. Wann geht der nächste Flieger? Ich hab keine Anzeige, ich weiß es nicht. Wo geht's denn hin? Malle? German Wings. German Wings. German Wings. German Wings. Äh,通行. German Wings. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Dann kann die Flieger verwenden. 華elt? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020